Ha, bin ich wieder genial. Du bist ein notorischer Tastenquäler. Meinst du, mit deinem satten Tastenaufschlag wirkst du produktiver? Und Punkt. Und fertig. Fertig sind auch deine Kollegen. Mit den Nerven. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Kalle! Kalle, ich brauch mal die Durchwahl von Meier. Kalle! Der braucht keinen Rauchmelder. Der hört den Alarmton sowieso nicht. Wie wär's, wenn du dich ganz leise zu deinem Kollegen hinbewegst? Dann wird wenigstens nur einer gestört und nicht das ganze Büro. Für die kurze Auskunft? Ja, für die kurze Auskunft. Na gut. Sag mal, du bist doch ne echte Schwäbe. Oh, du nervst schon wieder. Ich hab da netten Witz für dich. Lass das. Ich kürz ihn ab. Am achten Tag hat Gott die Dialekte erfunden. Nur für den Schwaben hatte er keinen. Also sprach Gott, was soll's? Du schwätschst halt wie I-Kerle. Ist er nicht ein Juwel, nur mit Fassung zu tragen? Könnten Sie ihm noch ein paar weitere Benimmregeln beibringen? Ich weiß, dass man Rücksichtnahme lernen kann.